Okay, wir starten also wieder mit Ratchet. Warum habe ich jetzt das getan? Wieso hat der da oben drauf gestanden? Ach so, der schwebt. Jetzt habe ich es jetzt kapiert. Na gut, ich habe mit Ratchet noch nicht gespielt, deswegen bin ich noch nicht so mit seinem Moveset vertraut. Wir kriegen auf jeden Fall wieder Besuch. Tolles Ei. Den mag ich am wenigsten. Weil der hier die ganze Fläche mitfrisst. Was? Wieso ist gerade das über den hinweggelaufen? Na warte, den erwische ich noch. Au! Au! Toll! Ich erwischte ihn damit gar nicht. Nein! Zu früh! Ich verhunzt aber jetzt gerade alles, oder? Sag ich, Ratchet ist einfach in einem Einzelkampf zu besiegen. Und dann, dann liege ich dort zusammen. Komm her! Ratchet, komm her! Das war ein Krampf, alleine eben nur. Obwohl es eigentlich mehr an mir lag, weil ich nur so unfähig war, den zu erwischen. Ich habe deine Frisur ruiniert, Kollege. Wen haben wir jetzt als Gegner? Nathan, Drake und Dante. Du bist der Spam-A-Lot und eine... ...mit... ...so krassen Attacken, ey. Na ja, mal sehen. Tschau. Aber zum Glück hat keiner von denen so wirklich Attacken, die einen stunnen. Im Gegensatz zu den ganzen Projektilmeistern eben. Lass mich doch das Item schmeißen. Okay, Nathan versteckt sich hier hinter seiner Schutzwand. Autsch. Heißt du? Toll! Mit einem billigen Item hat er meinen Special-Move blockiert. Willst du mich verschaukeln, Spiel? Okay. Okay. Dante hat wohl scheinbar... Au, 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 au. Eben sein Special versucht. Holy crap, wo kam ich denn nebenher? Dann ist der Himmelsstürmer. Ah, verdammt. Okay. Das Problem bei Nathan, Drake's Nummer 1 Special ist, dass es eigentlich über die ganze Arena auch reichen kann. Autsch. Auf meinem Magazin steht dein Name. Verdammt. Guck mal hier, dieses Barrel A ist auch schön stressig. Oh. Bleibt da schön stehen. Ihr seid doch Schweine, ey. Nein! Jetzt hat mich sogar noch Dante erwischt. Ich will was dir leisten. So. Jetzt sind wir nur noch alleine. Autsch. Das wird einen Spaß geben. Du bist gewählt. Neue Herausforderungen müssen gehen. Level 1. Der Hades lacht jetzt. Okay. Damit hätten wir Phase 2 geschafft. Das wird jetzt ein spannendes Ding noch. Ob ich sie zu dritt schaffe. Ob ich sie zu dritt schaffe. Ich bin unbesiegbar. Ich darf nicht von Ihnen kommen. Das ist aber ein Geppchen. Autsch. Ich wehe über allem. Okay. Nein, nein, nein. So war das. Verdammt. Das... Sollte so aber nicht laufen gras. Ich muss ausweichen. Au Das wird jetzt etwas Das wird etwas Zu knapp Kommt da ein Fass nach dem anderen ey Um auszuweichen wird man nur noch Attackier von allen Seiten ey Wut? Wieso? Ich hatte doch zuerst attackiert Wieso hat meine Attacke nicht gesessen? What the fuck man Nein Ich hab's schon wieder verhunzt Das gibt's doch nicht Ey Wie ich mich halt hier nicht bewegen kann Das gibt's doch nicht Mit den Fuck war das knapp Mit den billigsten Attacken Schlagen die mir hier aus dem Special raus Au Komm schon Kratos Ich muss Nathan Drake als erstes beseitigen Von allen Specials die mir hier jetzt gefährlich werden Das weitreichendste hat Nein das darf nicht wahr sein Komm schon What? 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 Oh Gott Das wird so ein Krampf Scheiße Er hat mich erwischt Naja versuch mal mit diesem Ich glaube Aber ich hatte jetzt mehr Möglichkeiten Meine AP Leiste In der letzten Runde aufzuladen Ich versuche dann den Ghost Spiders zu erreichen Damit ich eine Chance hab Anders konntest du dir nicht beikommen hier Mist Schon wieder hab ich hier denselben Fehler gemacht mit Ratchet Au Komm mir wie so ein Noob vor Komm her Wieso hab ich das Ihm getan Ich weiß es nicht Hier geht so viel ab auf diesem Bildschirm Hier kannst du dich überhaupt nicht konzentrieren Haha Haha Du dich bleib machen Ja Au Au Ja warte Dir boxe ich die AP Kugeln raus Ey Wieso Nein Dauert das jetzt schon wieder so ewig Schon drei Stunden bis ich mal Ratchet erwische Das Problem ist das hier alles auf Lila gehalten ist Habe ich Probleme Zu zielen Au 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 Er hat schon wieder das Item auf seinem Kopf mitgenommen Du kannst da Feuer des Olympus Fuu Fuck Er hat nur ein Schreck Feuer des Olympus Hahaha Autsch Ich wehe über allem Ich wehe über allem Komm schon Nein 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 Hahahahaha Hey komm Rügel mir hier Die AP aus dem kleinen Nein! Gut! Und wen hab ich noch da dann? Den krieg ich aber jetzt alleine Autsch Nein! Ich hab ganz vergessen wie weit seine Sichel reicht Sonst hätte ich ihn nämlich erwischt Fuck! Hätte ich damit auch noch erwischt Naja egal Ich muss es irgendwie schaffen Ich werde nicht Level 1 Okay Damit haben wir Phase 2 wieder mal geschafft Au 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 Hoffe ich dass ich es geregelt kriege Bis zum Ghost Spiders durchzuhalten Ich muss hier eigentlich nur Kombo mäßig drauf losholzen Ah Hahahaha Level 1 Also immerhin haben wir schon eine Stufe zu Autsch Jetzt prügel ich mir diese AP jetzt nicht wieder raus Hier ich kann auch mal so rum spammen wie hier Das mach die ganze Zeit Nein 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 Was ist das denn? Was das denn? What the hell? Ok Ich hab Dante alleine hier Gerade Gehabt aber auch nicht Ne? Egh Ah Verdammt Fantastisch! Level 1 Dieser Boss da soll die fressen Jetzt, bilden wir mal, dass er die frisst, der macht der Laser-Attack nix hier Was soll denn das? Verdammter Mist, verdammter Mist Ratchet, stopp! Das wird so, das wird so, das wird sowas von knapp Au Okay Was? Wieso? Wieso? Ich hätte die eigentlich alle erwischen müssen Oh, ich hab's für uns, wenn ich jetzt verliere, dann lag das nur daran, dass mein Tornado nicht getroffen hat Ich hab eigentlich Die Stun-Version da genommen Also dieses Stun-Item, damit die eigentlich erwischt werden WTF, man Au, 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 au 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 Das ist schon so eine Sache, sich auf das Spiel konzentrieren und dann dabei noch kommentieren Au Au Noch mehr Au Shit, er hat mich erwischt, okay Wieso, der hat doch eben sein Special gemacht, wieso hat der das immer noch Irgendwie will das Spiel mich verarschen Ich muss einer gegen dreimal schaffen Ich hätte jetzt schon längst Ghost of Spada Haben können Oh, das war knapp Wenn ich nicht in der Luft gewesen wäre, hätte er mich erwischt Oh, das war eben auch noch knapp Komm schon, Dante Und Nathan Ich muss das Feuerwerk, nein, nein, einer von den beiden hat das Feuerwerk in die Hand genommen Ich bin nicht in der Luft geworden Also von was Oh, so geht's auch Okay, jetzt Jetzt liegt's nur noch hier an Dante und mir Oh, ich hab's mal geschafft Fuck, ich wollte zwar eigentlich bis Ghost of Spada warten, aber so ging's jetzt auch Fuck Das war Heftig Aber wir haben's geschafft Fucking Finally Okay, ich werde ein bisschen wohl üben müssen Weil So ziehe ich das Let's Play sonst nur künstlich in die Länge Aber ich wollte euch mal so einen ersten Eindruck geben, wie das auf Alls da ist Und Katzen Mal mussten jene, die sich mir in den Weg stellten, erfahren, wie töricht solche Taten sind Mein Schicksal liegt nicht bei den Sterblichen Ich muss den Olymp und seine Götter ein für allemal stürzen Titanen Der Sohn des Zeus ist zurückgekehrt Unsere Stunde ist gekommen Unser Ansturm auf die Götter beginnt Keine Kreatur der Erde Des Olympus oder selbst des Hades Wird unserem Angriff standhalten Und Zeus und den Narren, die vor ihm knien, sage ich Ich bringe eine Armee, wie ihr sie noch nie gesehen habt Der Geist Spartas wird den Olymp stürzen So, da soviel zum Endcut-Szenen von Gratos Und wir gehen Wähle deinen Charakter aus Als nächstes mit Parappa J-G-G-G-G-G-G-G-G-G